I've been in love several times before. He's just as beautiful as beautiful. Ich möchte, dass Deutschland die Möglichkeit hat, mit offenen Armen diese öschliche Bewegung zu empfangen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man da aber kompromissfähiger sein muss, was die deutsche Baukultur angeht. Und da diesen Grad zu finden, so viel wie möglich von dem eigentlichen Oership-Gedanke zu behalten, aber auch, dass man in der Lage ist, Änderungen vorzunehmen und Kompromisse einzugehen. Der Großteil meiner Arbeit besteht halt darin, den Überblick zu haben. Und das gibt mir halt die Möglichkeit, genau informiert zu sein über alle verschiedenen Arbeitsschritte auf der Baustelle. Und dadurch lerne ich echt viel. Was ich hier merke, dadurch, dass ich die Dokumentation mache, habe ich die Möglichkeit, die ganze Zeit einen ganz tollen Überblick über den Bauablauf zu haben. Und das ist für mich, glaube ich, echt von unschätzbarem Wert. Und da war mir sofort klar, dass das, was ist, das will ich nicht loslassen. Ich will da am Ball bleiben und da mehr in die Richtung machen. Ich möchte meine Bachelorarbeit darüber schreiben. Am liebsten darüber, welche Anpassungen gemacht werden müssen, damit Oerships in Deutschland auch eine Zukunft haben. Oder auch einfach hier, damit Oerships in Deutschland genauso gut funktionieren können wie in New Mexico. Ich bin da, damit Oerships in Deutschland auch nicht loslassen. Ich bin da, damit Oerswirti und das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist das ist. Wenn man das Gefühl hat, dass wirklich alle im gleichen Boot sitzen und das gleiche Ziel verfolgen, dass man hier zusammen ein Oeschip baut und wenn man das spürt, das sind dann so Momente, wo ich denke, wow, das ist was ganz Besonderes hier. Das gibt es sonst so nicht, glaube ich. Ich denke, es gibt 20 Menschen offen zu diesem Thema, aber sie wissen nicht. Und wenn man ihnen sagen, wenn man sie nicht sagen, dann werden sie noch leben, wie sie leben. Ich denke, es ist nicht eine Rolle, dass es durchführen, sondern sagen, hey, es ist hier und wenn du es möchtest, komm und join uns. Kann man das abbringen? Ich glaube nicht, dass es gut ist. Ihr schneidet voll viel raus, ne? Weh, das kommt so. Nein. 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 Vielen Dank.